willkommen beim stream von star trek online heute geht es mal weiter mit dem charakter mal gucken wie weit wir heute kommen ich denke mal minimale 40 also viel spaß ich habe die eingeladen bist dabei jetzt muss man teleportieren mal ganz nett beziehungsweise schon alle weg wollen sollen wir wollen muss ich transport zur festung ja lustig amüsant bin da nur meine pcs wie wir da bereit durch breit drückt breit durchs mal bereit bei mir piept was nein bei mir piept es nicht wohl passwort geknackt einfach langweilig zweimal hat das bei facebook generator mit eingefügt ein authentifizierungs generator das kannst du per google machen dann musst du jedes mal wenn ich einlogge dein handy dabei haben und da ist ein appdorf mit authentifizierung und da muss dann wenn du das gemacht hast musst du da jedes mal ein code mit eingeben und ja dann kannst du automatisch auf dein konto wieder zugreifen aber muss natürlich trotzdem das passwort angeben also ist schon komplizierter seitdem habe ich keine probleme bei facebook willkommen bei mir zukommen sind ich habe gerade schon das durchgelesen es war ja gerade nur kurze sätze kurzer satz mensch ich habe doch eben gesagt die quizzei schon einmal gemacht deswegen werde ich sie sowieso nicht durchlesen aber ich werde es ein bisschen stehen lassen damit die anderen im stream ist durchlesen können nee das ist eine aronia ups das war zu schnell gedrückt gute frage unsere fäder kanon ich bin tot was war das denn ich hatte nun mein schild weg auf einer pumps ganz tot man kann da runter fallen obwohl das ding zu ist weil sind das so für die scheiße dadurch bin ich gestorben das ding öffnet sich wenn du drauf läufst du so nebenbei es war ganz witzig es war ganz witzig ist es nicht so es war ganz witzig es war ganz witzig es war ganz witzig naja bei welchem iron man waren das wo der idiot hammer industries war ja 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 der vollhorst wurde dann später ein knast kommt ein bisschen scheiße gebaut hat tod vor täuschung und so weiter und so fort versucht am ort war so ein scheiß und so weiter und so fort kenne ich nicht neuer iron man film oder was ach so avengers ja ja natürlich ich fand den zweiten ich fand den zweiten avenger film scheiße ich fand den einfach nur schlecht ich weiß ja ich habe ich habe mittlerweile auch angefangen alle marvels filme anzuschauen genau aus diesem grund weil ich wusste genau in der reihenfolge natürlich wie sie sein muss na ist ja klar die crew des snapdragon ist das mal gucken wenn die crew des snapdragon überlebt sinclair klein stein geknutscht meinten woher ja schade dass es nicht bei bei links kommt hier bei der kreis muss man auch noch machen nicht die mann nicht die mann mit der bracht laufen und dann sagt er dabei nicht die mama nicht die mama nicht die mama kannst du auch das könnte auch bei dead island machen gibt es auch eine bradpfanne als waffe hast du nicht ich habe mit dem tiefen zwischen zum release gleich vorbestellt gehabt musste ich haben macht mega fanny so jetzt müssen wir müssen mal umbringen da oben ja das problem ist der clip wird aufgenommen nicht was du sagst dann müsstest du ja schon hier sowas machen wie ich und dann könntest du aufnehmen ja das gute ist die streams kannst du auch als highlights einstellen bei deinem twitch channel und das lustige ist wenn du auf twitch channel einstellst kannst du als highlight einstellen genau das du kannst genauso schneiden wie es haben willst diesen clip ganz genau schneiden wo bist du eigentlich willst du alle umbringen müssen nur ein fangen und nicht alle umbringen wir können auch alle umbringen mal gucken ob wir davon herauskommen kriegen jetzt weiß ich auch ja das tut wir alle umgebracht genau wie ich auf der einen seite sind schnell tot jetzt müssen nur hier auf diese seite alle dran glauben oder nimmst den bazooka und sagst nicht die mama mal gucken was am ende raus kommt du siehst du scheiße ja aber hier ist irgendwo noch ein gegner hier hinten soll hier irgendwo noch ein gegner sein komisch ja wahrscheinlich aber irgendwie lustig alle abgemurkst willst du was von uns ich komme von hinten er kommt von vorne ja genau sandwich voraus fortsetzen ich würde eigentlich jetzt auch noch chips essen oder so ne aber damit fasse ich nicht meinen controller an deswegen esse ich wenn ich mal was dieses esse und hier salzbretzeln ja ich hab mir nur felser geholt man das schiff sieht scheiße aus ich sehe hier nur das schiff verdammter scheiße ich sehe hier noch nie mal die gegner wie kann man noch mal wie kann man noch mal einstellen wie weit man entfernt ist vom schiff konnte man irgendwie machen ich weiß auch nicht wie ja ja ich muss unbedingt weiter weg von meinem schiff das kann ich nicht so machen bei dem hier das geht nicht ja das ist ja das ist ja es gibt viel zu viele probleme wenn du so ein riesen schiff hast aber das schiff ist das größte problem bei nämlich das schiff nicht so nicht nicht wegen der größe nein wie es gebaut wurde im 0 und so ein scheiß ist totaler schwachsinn meiner meinung nach ich hatte ich gerade schon die falsche einstellung wie ging das nochmal ich habe das einmal gemacht ich habe das einmal schon umgestellt das weiß ich noch kann man entfernung ändern was sagt Vielen Dank.